Das heutige Türchen zeigt einmal eine andere Idee. Es muss ja nicht immer das Krippchen sein mit dem Jesuskind in der Krippe und Josef und Maria. Wir haben hier einmal ein Winterdorf aufgebaut. Der Nikolaus ist schon da. Es wird gerodelt. Es wird gesungen. Es wird gefeiert. Und ein besündliches Licht in den Häusern. Ein Tuch bildet den Boden. Ein Klitzertuch zeigt den Schnee an. Und überall herrscht Frieden und Ruhe. Und wir genießen das selige Licht. Zum Heiligen Abend stellen wir dann noch zu diesem Dorf eine kleine beleuchtete Krippe auf. Ich hoffe euch hat diese Idee Spaß gemacht und das ist eigentlich ganz einfach nachzubauen. Und dieses Dorf oder verschiedene Dörfe lassen sich sehr preiswert im Internet bestellen. Es muss nicht immer teuer sein, aber es kann wunderschön aussehen. Und wenn ihr dann in die Natur rausgeht und sucht nach Moos und Stöcke, alles was ihr so findet und sprüht es vielleicht dann noch mit Schneespray ein, dann wird das wunderschön. Die Welt ist doch nicht so übel. Man muss sie sich nur nehmen zu wissen. Die Welt ist doch nicht so übel. Das war die Rückmärkung. Was ist das? Die Welt ist es? Was ist das? Ja. Was ist das?